Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo immer ihr seid, wann immer ihr seid. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Mein Name ist Da Vinci Jeremy, ich bin hier in Dubai. Ich habe normalerweise in Chile gelebt und davor in Kanada. Aber jetzt lebe ich hier in Dubai. Oh Mann, ist eine schöne Zeit am Leben zu sein. Ich meine, auch wenn Bitcoin gedumpt ist etwas, wisst ihr was? Am Ende wird Bitcoin regieren, egal was. Weil es einfach so überragend ist. Es ist eine überragende Technologie. Die ist so viel besser, in so vielen Richtungen, als unser jetziges Finanzsystem. Tausendmal besser. Du kannst sofort Geld verschicken, überall in die Welt. Und du brauchst dir keine Gedanken machen über eine dritte Partei, die dein Geld von dir nimmt. Oder sagt, hey, du hast deine Steuern nicht bezahlt, wir werden dein Geld zurückbehalten. Das wird nie passieren. Und aus dem Grund ist es einfach so viel besser. In so vielen Wegen. Und aus dem Grund, deswegen sind wir hier. Deswegen reden wir über Bitcoin. Und deswegen rede ich auch jeden Tag über die Nachrichten von Bitcoin und gebe Interviews, kostenlos über Bitcoin. Eigentlich, ich habe zwei Interviews gemacht. Einen mit einer Frage- und Antwortrunde, die ich in einem Café gemacht habe. Und das andere, das war ein Interview hier in meinem Apartment. Das war ein super Video. Ich werde nächstes Wochenende Videos davon veröffentlichen. Für euch, weil das einfach super Fragen waren. Und super Antworten, die wir gegeben haben. Für diese Interviews. Also ja. Ich freue mich darauf. Also, wir werden jetzt mit den Nachrichten anfangen. Wir haben ein paar Nachrichtenartikel gefunden. Nicht sehr viel. Ich bin eigentlich etwas enttäuscht von den Nachrichten. Ich hätte gedacht, wir finden viel mehr Artikel, als was wir gefunden haben. Aber wir haben ein paar Artikel. Also werden wir darüber lästern. Aber bevor wir damit weitermachen, denkt dran, wenn ich irgendwas sage, was ihr kaufen solltet, denkt dran, das ist kein finanzieller Rat. Und bitte macht eure eigenen Recherchen, bevor ihr irgendein Geld investiert. Okay, die Kryptobubbles. Wir haben darüber geredet, was abgeht in den Märkten generell. In dem letzten Video, was ich gemacht habe. Und ich habe gesagt, wisst ihr was? Ich glaube, der Winter kommt. Und ich habe das letztes Jahr schon gesagt. Und es war einfach nur brutal. Und ich hoffe, dass ich falsch bin dieses Jahr. Weil das war einfach nur ein brutaler Winter. Es war kalt und der Winter war sehr lang. Letztes Jahr. Und hoffentlich wird das ein kurzer Winter. Aber der Winter kommt. Und vielleicht, vielleicht, wird dieser Markt sich umdrehen. Eher früher als später. Wenn er das hier macht, oder in der Hälfte von diesem Weg, das wäre schön. Aber wir werden nicht damit rechnen. Wir werden davon ausgehen, dass wir höchstwahrscheinlich einen langen Winter haben. Und die Altcoins werden langsam nach unten gehen. Richtig heftig. Also ja. Seid darauf vorbereitet. Auf diesen Schwachsinn. Es wird bestimmte Altcoins geben, die weiter nach oben gehen. Also denkt dran. Nicht alle Altcoins werden runtergehen mit dem gesamten Markt. Also bitte, geht nicht raus und dummt alle Altcoins, die ihr habt. Wenn ihr das nicht wollt. Ich meine, ihr wisst vielleicht nicht, dass irgendwas vielleicht weiter nach oben geht. In dem jetzigen bärischen Zyklus. Oder in einem bärischen Zyklus, der auf uns zukommt. Jetzt gerade. Okay, und denkt dran. Wir könnten alle falsch sein. Es könnte plötzlich sich irgendwas verändern. Und der ganze Markt dreht sich einfach um. Und die Bitcoin-Dominanz dumpt. Und die ganzen Altcoins pumpen einfach. Ihr wisst es nie. Die Kapazität des öffentlichen Lightning-Networks hat gerade 2500 Bitcoin durchbrochen. Also jetzt. Was wahnsinnig ist, finde ich. Wir sind seitwärts gegangen für eine lange Zeit. Und jetzt hatten wir diesen Sprung. Vielleicht ist es nur El Salvador. Aber ich glaube nicht. Ich bin interessiert zu sehen, ob das weiter hoch geht. Weil wenn es das tut, Wenn dieser Trend weiter nach oben geht. Für eine ganze Zeit. Das könnte signalisieren, dass etwas Großes auf uns zukommt. Mit dem Lightning-Network. Und dass es benutzt wird. Und jetzt gerade. Habe ich nicht gedacht, dass es nicht so sehr benutzt wird. Zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Weil dieser Trend hier etwas stagniert ist. Und die Anzahl von Bitcoin, die in dem Netzwerk sind. Eigentlich, wenn ihr eure Bitcoin in dem Lightning-Network benutzt, dann stakest du sie eigentlich. Also, denk darüber nach. Wenn du deine Bitcoin-Stakes, das bedeutet, es gibt weniger Bitcoin in Zirkulation. Also, so mehr sie in das Lightning-Network setzen, sind viel weniger auf der direkten Exchange. Und ja, das ist wahr, du könntest dein Lightning-Network ändern. Für Bargeld oder so. Oder du könntest irgendwas kaufen. Güter oder Dienstleistungen. Aber dann könnten sie das wieder aus dem Netzwerk holen, um das auszuzahlen. Also, derweil das wächst, gibt es weniger Bitcoin, die in Zirkulation sind. Und die ausbezahlt werden. Und das bleibt in dem Netzwerk. Also, das ist sehr positiv. Und ich weiß, ich weiß, sehr viele von den schlauen Leuten da draußen sagen, warte mal eine Sekunde. Was ist, wenn eine Exchange das hat? Und sie traden das einfach und irgendjemand anders kauft es einfach und hält es fest, dann habt ihr jetzt gerade auf etwas Gutes hingewiesen. Wenn irgendjemand das kauft oder jemand das verkauft, muss jemand das kaufen. Also, das ist nicht immer der Fall. Wir müssten uns das ganze Lightning-Network, die ganzen Nodes ansehen von den Exchanges. Aber ihr habt recht. Ihr müsst die Exchanges aus dieser Liste nehmen, um ein gutes Bild zu bekommen, wie viele Leute eigentlich ihre Bitcoin auf dem Lightning-Network halten und nicht das einfach nur traden auf den Exchanges. Und das würde die ganze Sache etwas einfacher machen. Okay. Das war sehr viel. Und als nächstes haben wir, es ist Zeit für Bitcoiner, No-Coiner richtig aufzuklären. Ja, das ist so wahr, weil die Person, die mich interviewt hat, sie war sehr skeptisch über Bitcoin. Weil irgendjemand ihr erzählt hat, der Grund, warum es Bitcoin gibt, ist, um die Regierung zu zerstören. Und sie hatte komplett Angst und dachte, was? Und aus dem Grund, diese No-Coiner, sie verstehen das nicht, dass die Regierung nicht deren Freund ist. Sie verstehen das nicht, dass die Regierung deren Bein bricht und denen Krücken gibt. Sie sehen nur die Krücken und sagen, oh, ohne euch könnte ich nicht erst laufen. Vielen Dank, Regierung. Ohne euch hätte ich nichts zu essen. Das ist ein Beispiel. Und sie realisieren nicht, dass die Regierung sie arm machen mit dem Finanzsystem und mit dem Fall mit dem Mindestlohnverlust, was es unmöglich macht für sie, weiter zu steigen mit dem Erfolg, weil sie keinen Job finden, was mehr ist, als was die Regierung sagt, dass sie verdienen sollten. Also all diese Sachen sind effektiv lässt die Leute denken, dass die Regierung gut ist. Also ihr müsst das etwas abschalten, weil nicht jeder diese Meinung mit uns teilt. Und aus dem Grund, als ich das jemand erklärt habe und sie war einfach so erleichtert, weil sie es verstanden hat, ich habe gesagt, Bitcoin wird den Reichtum von den Top 10% von der Bevölkerung, die, die das eigentlich geklaut haben. Der Grund, warum sie es geklaut haben, sie mussten nicht eigentlich dafür arbeiten, weil sie es einfach gedruckt haben. Wenn sie zu den Banken gehen und kaufen das Asset, was sie wollen und wir sind eigentlich deren Sklaven. Und da sie nur wissen, wie um das zu drucken und es auszugeben, werden sie die nächste Ökonomie nicht überleben. Mit Bitcoin, mit echten Bitcoin. Warum ist das so? Weil sie nicht wissen, wie man etwas Echtes produziert. Also aus dem Grund, wenn die Leute Bitcoin benutzen als Geld und das kann nicht mehr aufgehalten werden, also werden die ganzen guten Leute das Geld haben und sie haben Kontrolle über die Regierung und die Regierung hat nicht die Möglichkeit, die Steuern zu beziehen, also werden die Regierung sehr viel kleiner sein, einfacher zu kontrollieren und das wird dazu führen, dass unsere Gesellschaft nicht mehr so gespalten ist. Weil diese ganze Spaltung der Gesellschaft kommt daher, weil die Reichen realisieren, warte mal einen Moment, das hört bald auf hier und die Leute werden uns die Schuld geben. Also wir müssen das stoppen. Also wie stoppen wir das? Wir lassen sie gegeneinander kämpfen. Ja, wir spalten die Gesellschaft. Also aus dem Grund zahlen die diesen ganzen Medienfirmen sehr viel Geld, um diese verschiedenen Gruppen zu unterstützen. Ob es jetzt die Aliens auf der Seite sind oder die ganzen grünen Leute auf der Seite und ich werde nicht erst Gruppen nennen, weil ich nicht in diesen Schwachsinn einsteigen möchte, der auf der ganzen Welt passiert, von den Leuten, die in der Matrix gefangen sind. Also diese ganzen Gruppen, sie denken, dass sie das verdienen, etwas Besonderes, obwohl sie einfach nur individuelle Personen sind und genauso wie jeder andere auf der Welt und sie sind nichts Besonderes. Und aus dem Grund, diese Spaltung hilft denen eigentlich. Und aus dem Grund, wir müssen diese Spaltung stoppen, indem wir den Leuten versuchen zu erklären in einem guten Weg, wie Bitcoin den Leuten hilft. Und dann werden wir mehr Leute in dieses Bitcoin-Universum bekommen? Okay. Der US-Heimatschutz unterzeichneten Vertrag über 1,36 Millionen US-Dollar mit Coinbase. Nicht sehr viel Geld. Für Coinbase ist das eigentlich nur Kleingeld. Aber was signifikant ist, dass die Regierung, ihr wollt Information, kommt her, kommt her. Oh, wir haben dich. 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 Also, Sie sind Ratten. Sie werden dich ausspionieren, wo sie nur können. Bei Coinbase. Also, haltet das in Gedanken. Sie werden dich verraten an die Regierung und sie werden dich umnieten. Dich als individuelle Person, wann sie es nur können. Ein uralter Bitcoin-Stash im Wert von 30 Millionen US-Dollar wurde gerade bewegt. Entschuldigung, ich wollte euch nicht damit erschrecken. Nein, nur Spaß. Oh Mann, ich kann mich daran erinnern, an die Zeit, weil diese Coins wurden gekauft am 10. Dezember 2012. Also, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern an diese Zeit, weil ich durch eine sehr harte Zeit gegangen bin in der Zeit. Aber ich kann mich daran erinnern, was ich gemacht habe. Ich habe Mining Equipment gekauft. Oh mein Gott. Das war so eine Geldverschwendung. Ich habe 50.000 Dollar an Mining Equipment ausgegeben und ich hatte das erst ein Jahr danach wieder zurück. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ich das alles in Bitcoin gesteckt hätte? Zu den Zeiten? Ja. Es war einfach nur eine schreckliche Entscheidung und ich wünschte, ich könnte das ändern. Aber ja, das ist, was ich gemacht habe und ja, ich hätte sehr, sehr, sehr viel mehr Bitcoin haben können, wenn ich nur realisiert hätte, mein es nicht, kauf es einfach nur. nicht mein, kaufen. Und ich sage den Leuten das immer und immer wieder, nicht mein, einfach nur kaufen. Dann habt ihr mehr Bitcoin. Wenn ihr das so gemacht hättet, okay, Bitcoin hat bereits gewonnen. Bald wird der Preis das reflektieren. Ja, das stimmt. Bitcoin hat gewonnen. Und der Grund, warum es der Gewinner ist, weil es niemanden anders gibt und weil es keinen anderen Coin gibt, der diesen Thron übernehmen kann, all die anderen Coins, die es da draußen gibt. Ja, viele von denen wird es noch geben, so wie zum Beispiel Litecoin oder Dogecoin, aber sie werden Bitcoin nie vom Thron stoßen. In der gesamten Menschengeschichte gab es noch nie ein sichereres, knapperes, wertvolleres, transportableres, dezentrales und vernetztes Gut. Das stimmt, das ist so wahr. Es ist mobiler als Gold und der Wert steigt schneller als Eigentum. Sein Angebot ist im Gegensatz zu Aktien und Anleihen festgelegt. Das Zahlungsnetwerk ist schneller und billiger als Visa. Wenn du das über das Lightning Network machst, ja. Die Nutzerbasis wächst schneller als das Internet in den 90er Jahren. die Marktkapitalisierung beträgt eine Nuanze über die Billionen Dollar. Es hat ein enormes Potenzial nach oben und es ist schon zu groß, um zu scheitern. Das ist so wahr. Wir sind zu einem Punkt gekommen, wo du sagst, Quantum Computer. Das Problem mit Quantum Computer ist, ihr müsst jemand bezahlen, um was zu programmieren, um gegen Bitcoin zu arbeiten. Und die kosten, wisst ihr, was es kostet, einen Programmierer zu bekommen für einen Quantum Computer? Ich war in einer Gruppe, die Programmierer gesucht haben und sie haben 450.000 Dollar angeboten, die Stunde, um das zu programmieren, auf dem Quantencomputer. Also, ich sehe nicht, wie irgendjemand das ausgeben möchte, dieses Kapital, um etwas anzugreifen. und das war's. Du hast keinen anderen Grund, um das zu machen, um das auszugeben, ohne einen anderen Nutzen. Also, es ist sehr schwierig, um das zu sehen, aber anstelle, was du finden wirst, sind Leute, die eigentlich das Bitcoin-Netzwerk unterstützen wollen, weil es wertvoller ist, das zu unterstützen, um mehr Nutzen von deren Geldern und das Netzwerk zu unterstützen, als es zu zerstören. Also, haltet das in Gedanken und das ist, was es zu groß um zu scheitern macht und in meiner Telegram-Gruppe habe ich dieses Bild gepostet und das ist eigentlich der Stock-to-Flow-Ratio und ihr könnt sehen, wir haben vielleicht bei dem 60.000er-Bereich eine Basis erschaffen, aber ich glaube, dieses Modell wird durchbrochen wegen der Hyperinflation und diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade sind, mit der Federalen Reserve, die mehr Geld drucken, jedes Jahr und wenn das nicht eintreffen würde, dann könnte ich sehen, dass diese Kurve, dass dieses Modell etwas ist, was wir betrachten müssen, aber ich glaube, dass dieses Modell wahrscheinlich durchbrochen wird und es könnte sein, dass wir einen erweiterten Zyklus sehen und den nächsten Pump von Bitcoin, der noch länger angeht, dieses Mal wegen dem Fall, dass die Kooperationen etwas länger brauchen, um einzusteigen und sie wollen einsteigen, die regulatorische Überarbeitung des Fed-Reports bezeichnet Stable Calls als systematisch riskant. Könnt ihr euch daran erinnern, als die Federale Reserve gesagt hat, wir wollen, dass die Märkte das rausfinden über die CBDC-Coins und CBDC steht für Zentralbank-Digitalwährung, weil wir das nicht hier machen wollen. Sie haben das alles schon mal gemacht und die machen einen besseren Job und jetzt plötzlich schreien sie und sagen oh, es ist riskant und erstellt ein systematisches Risiko und so weiter. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das ist nur alles gemacht, um die einmal zu schütteln, um zu sagen hey, ihr spielt nicht mit uns, also denkt dran, wir können euch holen, komm. Also das ist höchstwahrscheinlich, was es ist. Irgendein Stablecoin hat entschieden, damit anzugeben, weil sie dachten, dass sie untastbar sind, dass sie den Segen erhalten haben von der Federalen Reserve und dass sie auserwählt worden sind vor ein paar Wochen. Also das ist höchstwahrscheinlich nur, um die wieder auf den Boden zu bringen, wieder zurück zur Realität mit Gary Gensler, mit diesem ganzen Schwachsinn. Und sie wissen, sie sind besser mit den Stablecoins als ohne Stablecoin, weil es denen einfach mehr Möglichkeiten gibt, um das zu machen, um die Schulden zu verstecken und das zu verstecken, was sie gerade machen bei der Federalen Reserve. Also sie werden das benutzen und sie werden das nicht zerstören. Also das ist meine Meinung. Und ganz zum Schluss noch Nachrichten über die Zentralbanken. Die russische Zentralbank verpflichtet, kommerzielle Banken kryptobezogene Überweisungen zu blockieren. Und ich glaube, wir sollten direkt runtergehen zu dem Grund, warum. Warum sie das wollen? Sie sagen, aus unserer Sicht ist das ein großes Minenfeld. Was können wir hier tun? Wir können den Leuten erklären, dass dies eine sehr riskante Geschichte ist. Ja, eine Geschichte, die dein Reichtum vermehrt. Es gibt keinen Schutz, selbst die Lagerung unterliegt eine Reihe von Risiken. Ja, aber es gibt einen Haufenweisen Schutz, so dass wir dein Geld nehmen können von unseren Konten, wenn du unser Bankensystem benutzt, aber keinen Schutz, wenn du Millionen machst in der Kryptoszene. Wir wollen das nicht, dass ihr das macht. Ja, eigentlich, sie wollen nicht, dass die Russen Reichtum besitzen. Das ist eigentlich der Grund. Und ja, alles ist ein Risiko. Es gibt ein Risiko, wenn du deine Bitcoin aufbewahrst und diese ganzen möglichen Sachen. Aber das sollte an dir liegen. Und jeder sollte dieses Risiko selber tragen. Und höchstwahrscheinlich ist das Risiko eher bei den Banken selber, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Aber ja, es bedeutet auch, dass sie nicht bereit sind, dass der Markt das rausfindet. Also das bedeutet, sie wollen einfach nicht, dass die Russen generell in Bitcoin einsteigen. Okay, also das war es für heute. Und das ist, warum ihr Bitcoin besitzt. Ja, ihr besitzt es selber. Das heißt, ihr habt die Verantwortung für eure eigenen Bitcoin. Auch wenn ihr das nur auf einer Exchange habt. Ihr habt die Verantwortung, dass ihr das versteht, dass wenn die Exchange untergeht, dass eure Bitcoin auch weg sind. Und dass ihr das von euren Exchanges nehmt und dass ihr das runter nehmt und lernt, wie man das macht. Weil Bitcoin ist echt. Bitcoin ist hier, um zu bleiben und ihr müsst ein Teil davon sein. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.